einen wunderschönen guten abend meine lieben ja was hast du denn jetzt kaputt gemacht ach so hier machen wir das mal an dann haben wir das mal an was ist denn hier alles passiert warte mal ich stehe gerade alles alles abgebrochen ja so könnte man das sagen okay jetzt funktioniert das ganze das war das denn irgendwie irgendwie war doch noch ein jut drin gewesen den ich irgendwie übersehen habe passiert ich habe alles sehr schön jetzt gucken wir erst mal nach deiner bomben aktion mein kind kann ja nichts machen ja das auch und warte mal ist mein kind jetzt eigentlich zwischen am start und 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 verbunden hat schön und modus appy mag nicht ja jetzt muss ich mal gucken was habt ihr servus quack 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 wir werden bald ein baby haben so ist das da gibt es eine kleine bäschis erstmal eins aber nicht mehr als eins haben du kannst mehr haben in in der tat wenn die auch erwachsen und so soweit ich weiß nie soweit soweit ich weiß soweit nie nie dann nie so was machen wir jetzt schönes trotzdem trüppeln bis nur um ich mache hier erst mal meinen meine däschle wieder leer ich habe das gefühl er wie beklaut mich wie soll ich wie soll ich sagen also ich bekomme jeden also wenn es mir was schenkt dann ist es meistens irgendwas mit dunkle essenz und die kiste wo die dunkle essenz drin ist es genau vom haus ok deswegen ist es naja hier kannst du bei der wahl lernen in der glatze ich gehe jetzt erstmal zu pierre natürlich immer doch immer ich hole den weizen für die insel wir müssen wir noch anbauen fürs fröschli damit wir nüßchen kriegen bekommen wir das immer es ist jetzt so eine einmalige action nee der will jetzt weizen haben und ich habe gelesen danach will der knoblauch haben also kaufe ich jetzt ein paar knoblauch damit der frosch auch gut aus dem mund riecht ich habe jetzt nein weizen zum anbauen ach so es muss da es muss da wachsen ja aber ich habe hier keine überhaupt kein problem alles safe digger ich mache jetzt wo mal weizen saat für dich stopp mal weizen oder heu hast du dabei weizen oder heu haben sagt weizen weizen wird weizen kriegste ist gerade eine arbeit cookie findet kekse cookie findet kekse und nicht mehr allein ja zusammen sind wir zwei stück weizen am start fünf sogar insgesamt bitte mehr haben so viel braucht man was jetzt will ich oder was oder noch mal knoblauch gucken knoblauch habe ich obwohl ja die kische die kann ich ja auch drüben benutzen question haben wir knoblauch habe ich gerade gekauft dann denke ich mal mit iridium weg und kann man direkt los ob der iridium schon wieder alter was ist denn hier los ja siehst du das einkommen junge was lackosch die welt ist mir rolex wo ist die kohle wo scheiben hole ich dies trüben auf der anderen seite der welt dann gehen wir mal hin würde ich sagen käse zum weg snacken noch mitnehmen die muss auch hier bayonese noch mitnehmen einfach mal alles mitnehmen oh mein gott jetzt kann ich das majofrauenrätl machen ach war das ein requirement echt ja man okay wie kriege ich die dicke jetzt zum singen einfach kitzeln passt schon hey jetzt habe ich dir das ich sehe nicht sie müssten eigentlich noten sein komm mal rüber mal sehen ob du noten siehst ich sehe ein seaman der die ganze zeit heuschreit so kommen die raus bin bewaffnet da ist so ne note ja aber ich krieg die nicht aktiviert okay habe ich noch irgendwas ja genau so weit war ich auch schon auch nicht magst du mal kurz gucken ob ich irgendwas falsch gemacht habe ich habe mit einem drauf gehauen was ich hatte ist nichts passiert du checkst auch gerade nicht ich habe noch ein paar leitern am start ah jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte die wüste okay ich habe geflanscht ja ich habe die seite vorne hingeschmissen direkt ja aber was mache ich jetzt verkehrt ich weiß es gerade wirklich nie stand denn dein geist drin all das da noten kommen bei regen ja und hatte uns ja gesagt gehabt wir müssen acht geben wir müssen das da unten ausbauen und erst dann können wir die quest anfangen okay und das ist das mehr jungfrauen rätsel von dem neuen update hm ist ja ding hm ja warte mal guck mal gerade mal ja genau leute so weit war ich auch schon das erste was sie tun müssen ist an einem regnerischen tag fünf flöten blöcke nach pirate kauf das erste was sie tun müssen ist an einem regnerischen tag fünf flöten blöcke nach pirate kauf zu bringen blöten blöcke hey ach so aber wie macht man die wie macht man die wenn wir das blöcke ach ja wikis blöten blöcke blöken holz zwei kupfer 20 faser ja wo bei robben auch so na quatsch können wir selbst machen rezept von robben steht hier ja das kann man selbst machen hast du schon gekauft oder was nein kann ich selbst machen okay aber kupfer ja hier auf der insel wo in der kiste welcher draußen ja faser brauche ich noch aber die auch draußen faser haben wir nahezu gar nicht die auf der insel müsstest du wahrscheinlich kurz farmen mischt weil wir brauchen ja auch die fassen wir sind faser und kosten oh viel 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 ist nicht gut ich brauche verdammt viel hier wächst nämlich so gut wie hoch robben warte mal ich brauche 100 ja 100 ist echt ein bisschen sehr viel da ist die wahrscheinlichkeit hoch dass du mehr ingwer verämmerst ich fäsch jetzt hier einfach mal alles weg was ich finde ach nee das schaffen wir nicht von der zeit her nee das glaube ich auch nicht ach man jetzt bin ich schon so weit gekommen warum die stelle nicht fair bischi wieso die stelle echt nicht fair aber wenn du da was findest bezüglich ähm 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 fossilien die müssten wir abgeben verstanderte rippen aber das weiß ich nicht ob wir das schon abgegeben haben ja 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 jetzt ja 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 sowas was ein schmarrn und mich entlang ich noch was ich gehe mal einen fosern holen was brauchst du sonst noch ja nur die faser ich brauche echt nur noch die die faser wie viel fahrs insgesamt für die notenblöcke in summe 100 100 für alle 100 faser als 20 pro blog genau das lässt sich anrichten denke ich sehr gut die sammer bischies bett ja auch so elendig warm nur geht eigentlich ja ich war von draußen ich bin zu aufgeheizt ja ich bin da wochenende was war aber ansonsten ist nicht so wild ja schon schon ein wenig ganzes wen ganz schön 800 faser ich habe 800 ja zu drei ich bringe noch das war es eigentlich gut bring lieber mal ein bisschen mehr mit ich habe 200 am start etwas reicht ich denke auch ich gehe mal schlafen tatsächlich ich gebe dir gleich alle fasern einzeln du kannst du kannst du kannst du kein must shop übergeben was das vorhande unkraut hat auf seinem hofer schaden angerichtet verkaufen nicht das video verkaufen bitte nicht bilder mal deine base du hast dir gesagt nach direkt verkaufen ich habe dann direkt zur schnappatmung ist halt iridium ja ich habe die dinger gestern nämlich in den ofen gelegt oh ja ich habe nur dein dein weg gerade mal zerdeppert alles gut ja ja dafür gehe ich aus du machst dich gern ja ich würde erst mal deine ganzen ähm deine ganzen gefällten bäume hier klein machen damit ich überhaupt mal einen durchgang habe um nach unten zu kommen ach schön so ich gucke kurz mal über den Hof und danach mache ich noch den Weg zu Willi 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 de Walross da haben wir eigentlich noch demnächst irgendeinen Fest hm was ich glaube nicht du wirst klein gemacht ja das Eierfest ist am 13. wir haben den 11. der kleine Mann ist am spielen hi Schutzengel hallo ich habe noch ein goldenes Nusschen gekriegt na also wie viel haben wir jetzt eigentlich an Nüssen äh sieben hm the long road für 20 wofür brauchen wir nochmal die 20? für den Teleporter zwischen unserer Farm und der Insel ah stimmt da war es wir hatten ja die Wahl gehabt entweder der Teleporter oder die Ecke da rechts ich glaube aber die Mellungfreude die gibt nochmal ähm 15 meinst du? ich glaube ja dafür muss es wieder regnen ne ähm hast du hast du ein ein Regentotem? ne warte mal bevor du ich kann dir vielleicht sagen was ich brauche zum Craften ja dann solange ich hier bin ein Hartholz ein Trüffelöl fünf Kiefern Teer also definitiv Kiefern Teer okay ich bin gespannt ob das Trüffelöl haben wir auch nicht hm da müssen wir verkaufen ja könnte können eng werden die Kiste ach der spielt schon und Hartholz brauche ich auch noch ein Hartholz einmal Trüffelöl und einmal Kiefer die Betreuer bestimmt oh Trüffelöl hab ich sogar anstecken wir haben jetzt einen Tagesplan gemacht wann ich was zu machen habe ich hätte niemals ausziehen dürfen oh aber ist das nicht normal dass man Tagespläne hat also so so ein Tageshaushaltsplan das ist normal und wie viel eigentlich von jedem warte ohne Momento ich brauche einmal Hartholz einmal Trüffelöl und fünf Kiefern Teer fünf Kiefern Teer 1 1 5 Kiefern Teer das ist echt heftig und hier habe ich auch nochmal Schmarrn Uyaka obwohl das Holz das muss ich nochmal bei mir lassen ich muss ja dann craften nein nett wenn die sagen um 10 isst du und um 11 machst du Aufgaben dran hältst darfst kein Handy mehr besitzen ok ist ja krass ok das ist heftig ich hätte gesagt so Haushaltsplan Montags spülen Mittwochs Wäsche Wasche das ist echt bisschen streng da hm ja also das mit dem Kiefern Teer wird echt ein Problem glaube ich warum ne in einer Kiste habe ich noch zwei Stück ja echt soweit ich gesehen habe oh dann müssen wir echt warten bis es regnet Besshi ich habe nichts anderes mehr gesehen es ist ja diese Flasche mit dem Plus drauf hm hast du nicht noch irgendwo ach da gucke aber sind halt auch nur vier ne du hast keine Kiefern Teer dabei doch das doch warte ah genau ja jetzt habe ich es gesehen sehr wohl ja sehr gut hast doch nur oh okay ich habe alles drückbar aufs Gegenteil ich habe fünf was ich kenne meine recht ich bin 19 Jahre ein ja in so einer Wohngruppe hört sich jetzt echt mies an aber da läuft das alles ein bisschen anders ja das kann schon ein bisschen anders abgehen das ist wohl wahr ja guck guck ich hau doch noch dreimal daneben guck ich hau doch noch dreimal daneben guck ich denn ich gehe gerade mal Hartholz fahren oh das wird spät heute warte mal vielleicht habe ich noch hier warte mal warte mal warte mal ja komm her habe ich 22 jetzt bin ich noch halb auf dem Weg komm per selbstständig ins Wohnen für Volljährige oh Gott hä kennt es auf der Insel hä was zum was erzählt er oh ja schön rot fahren hat Spaß gemacht seit wann ist ein Kind da vielleicht zockt er dich erheimlich weiß ja genau Bescheid wer schießt nicht mal auf die Insel jetzt macht die Kerntier was er will Eieieiei Läuft Freund sieh zu dass du Land gewinnst hier was oh zählen Walnüsse oh Handelshütte bauen oh wir können Handelshütte hier auch bauen was ist das denn ich glaube Sachen kaufen und so hätte ich jetzt gesagt ach so hm wäre eine Belegung wert na also aber gefühlsmäßig würde ich tatsächlich aber erst auf den auf die Hausarbeiterung gehen bevor wir das Ding uns holen ach Dichie hm ja okay das würde ja meisten Sinn machen finde ich ich habe halt nur Schiss dass wir da dafür dann auch nochmal was craften müssen für was achso ähm ja die Gefahr besteht natürlich da habe ich schon ein bisschen muss auch du willst mich jetzt verärmeln ich komme nicht auf die Insel warum ist geschlossen aber ist zu spät aber weißt du was ich jetzt den Totem jetzt ein ach nee musst du craften den musst du craften warum kannst du den nicht craften kannst du nicht was ist das für einer was sieht denn da aus immer eins runter nee kannst du nicht ja wie sieht dann komm rum hi luftas einen wunderschönen guten abend hallo nein ich habe alle drachenzähne auf der insel gelassen was hast du ich habe alle drachenzähne auf der insel gelassen wenn ich einen drachen zahlen könnte ich tatsächlich zu dir hin worpen passiert und da waren sie wieder unsere drei probleme das ist richtig ich brauche noch würmchen bereit für die insel bereit für die insel paket warum ich denn da oben hin finde ich aber echt gemein was denn dass man nach 18 uhr nicht mehr auf die insel darf yay endlich ruhe hoch die hände wochenende der ist aber auch nicht mehr bei dir der kam wieder zu mir ich hätte das aber auch nicht mehr bei dir der kam nämlich erst zu mir wieder das ist ja geil du und der kleine junge auf der insel geil okay ich finde das mega auf dann geh mal schnell ins Bett hier und dass du da rechtzeitig kümpt ich will uka uka machen uka 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 ja ich will ähm ich will regnen ich hätte gern regen guten abend jungen na wie geht's wie steht's was machen die hühner beschert mich allein auf der insel zurückgelassen zu recht ausgaben boah das sag ich meiner mama okay dann sag ich sie auch nochmal wenn du willst ne lass mal alles super und selbst ja es ist halt warm also draußen ist richtig 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 warm gut also morgen kann eierfest wenn ich dich richtig verstehe oh no ja ist es schlimm wenn wir einmal ein Fest eigentlich nicht mitmachen ganz ehrlich kann ich mir nicht vorstellen wen können wir dann im ansehen was für ein ansehen oder auffallen durch umfallen auffallen durch umfallen eher so blieben halt wenn ihr nicht mitmacht passiert nix ah ja noch eh glaub ich gewonnen das letzte Mal oder ne ähm weiß nicht mehr wer gewonnen hatte keine ahnung echt ich weiß es auch nochmal krass ist es passiert ja so viel hier ja allah como esta was auf meinem jahr 6 spielstand skippe ich jedes event und die dorfbewohner hassen dich noch nicht ja man muss ja mal fragen da muss man mal fragen stimmt ich glaube ich habe wieder was für den dock oh guck mal die mögen mich eher weil ich den geschenke gebe aber nein ich finde keine herzen oh sehr gut ignorieren sehr gut wird gemacht die ignorieren sie alle ja so brauchen wir das belohnung abholen ich habe noch eine goldene Nuss beschi bist du gerade im zelt oder wo äh ja aber du kannst mir alles in die kiste rein machen ich hole mir das dann ab dann pack ich mal artige fischerei sobald ich weiß knapp empfehlen der fische gerne an uralten auf dieser insel gibt es eine großartige fischerei sobald ich weiß knappen viele der fische gerne an uralten knochen what soll ich jetzt nach den restlichen knochen angeln das wäre doch eine maßnahme bitte nicht findest du warte wie geht's dir so warte mal ich hab noch einen baum für dich tja aber heute leider keinen baum für dich ich hab heute leider keinen baum nein 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 so bravi 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 so jetzt craften wir mal gut aber das wetter macht mir zu schaffen noch so ein wetter kind 1 2 3 4 5 5 noten brauche ich und jetzt muss es nur noch regnen oh ja so nicht verkaufen was genau den rubin bitte ich wollte nur bin ich verkaufen ich wollte nur die kiste rein wägen ok für was brauchst du mir rubin äh für dieses komische anna rätsel da anna rätsel gut weißt du was ich meine ja bis hier hier ist einfach mal alles zu voll so zack 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 so ich brauch ich hätte doch gern meinen sammelskill endlich mal auf 10 ich sammel und sammel und sammel und es wird irgendwie nix ich sammel was das holz hält ich sammel was das holz hält irgendwie tut sich ja nicht stehe ist hier noch was nein gut dann werde ich ja wohl auch noch mal angeln in der hoffnung ich alle ein paar skelette ich sag mal was ist denn was jeden tag was jeden tag zum walz holen gibt viele ep ja trüffel gibt auch viele ep deswegen haben wir ja xaus familie ähm erweitert ey 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 du nicht sag mal voll war nur ne flunder was machst du denn ich glaub die kleinen anträume tut ich sage was essen echt? Sind nicht Narzissen giftig? Keine Ahnung, er hat nichts davon. Gibt auch keine Energie oder so. Was ist denn da wird frei? Ne jetzt mal ohne Witz, sind die nicht giftig? Man, er hat irgendwas gesagt mit... Oh, guck mal, ich habe nur eine Notiz. Welche, wo ist dich? Oh, warte mal, ich mache das mal größer. Das Dumme ist, ich glaube nur du kannst es finden. Aus der Vasen sind giftig, das kann bei Kindern schwere Vergiftungen hervorrufen. Wann Dr. Google? Ha, habe ich doch gesagt. Dr. Google hat gesprochen. Dr. Google. Gekrümmte Palme. Ich habe es. Ja, und da ist eine Nuss drin. Und eine Perle. Jetzt haben wir elf. Warte mal, ich konnte mich noch daran erinnern, dass ein kleiner Beshi mal gesagt hat, oh, das schaffen wir nie. Ich habe da voll die Zweifel, dass wir das schaffen. Hä, wie mein? Oder gesagt, es ist mit den 20 Dingern. Achso. Was machen wir locker? Vertraue mir. Hm. Gucke bei Flick und Sieg und so. Hier haben wir auch noch Zeugs. Ah, da sind Knochen. Kann ich die an der Ankel befestigen? Ganz, ganz blöd gesagt, kritisch? Was macht man an der Ankel? Ja, why not? Bischi. Bin ich so ganz sicher. Schon wieder Schlangenschädel. Okay, ne, geht nicht. Forget it. Hat der Römi keinen Sinn, oder? Hätte ich ja ein bisschen Käferfleisch mitbringen sollen. Hätte ich da draus machen können. Ach, egal. Egal. Hat das nicht nach dem Hallo? Dieses Lied ist so grottisch schlecht. Na, ah, 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 ah. Kleiner Mann, kleiner Mann, klein, 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 klein. Gucke, ich muss dich ein bisschen leiser machen, wenn du zu euch aus was da hast. Sorry, soll ich leiser schreien? Ein bisschen. Hab ich echt so einen riesen Ausschlag für dich? Nein, gar nicht, aber er ist persistent, sagen wir es so. Ja. Ach, alles Cola oder was? Alles Banane, du Flaumer? Oha, Cookie, was ist los? Klappt ja jetzt mit den Fischen. Ja, Irie hier. Ja, heimlich, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, hab ich mir, ähm, das Angeln... Siehste, jetzt fang ich an zu prahlen und jetzt haut's nicht mehr hin. No. No, 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 no. No, 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 no. Das ist aber auch ein ganz schwieriger. Das ist der Nichtfangus Maximus. Nichtfangus Maximus. Eine fast ausgestorbene Art. Jetzt kommst du aber an den Haken. Das gibt's nicht. Ach, war schön. Jetzt kommst du aber an den Haken. Der ist doch nicht schwierig, ich sag's nicht mehr. Abends, wenn ich nicht schlafen konnte, hab ich ganz cool im Bett gelegen und hab dann ein Knöpfchen gedrückt. Also warum ich jetzt auf einmal angeln kann, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt's auch daran, dass mein Angelskill ein bisschen größer geworden ist. Und du einen Iridium-Angel hast. Und einen Iridium-Angel habe ich. Aber anfangs war das Angeln echt schwer. Und am liebsten habe ich halt echt die kleinen Fischisch, die einfach unten bleiben. So wie eben gerade. Das ist ein Tzip-Sie-Taucher. Also ich darf nicht maximal rausschmeißen. Das Beispiel. Ich hab die Mayo-Maschine freigeschaltet. Yay! Machst du mir jetzt gerade die Tine Wittler? So. Habe ich ja Kebefieber am Start, oder was? Nee am umdekorieren. Na, das mal, ui! Was denn? Der Boden ist da unten nicht mehr vorhanden. Hast du schon den Boden abgebaut? Der ist, er weder von dir, der oder die Kate. weiß es nicht genau also dies finde ich jetzt bild will ich unterstellung von dir so bin ich hatte es ja einfach so 18 spielstunden glaube ich ich habe jetzt hier neun ok ja ja ich komme soll man ich bin die klotze hier warum habe ich einen weg mein inventar es ist wahrscheinlich genau der dino und abgebaut hast habe ich einen weg ich hoffe dass die notenkisten da hast du hast du dich gerade da macht platz ich komme auch das gleiche letzte nacht hat schwein keppi ihr nachwuchs zur welt das gibt es nicht ich habe vergessen die schweine auf nicht schwanger werden umzustellen die farm läuft die läuft von alleine ich würde jetzt einfach das geht genannt pebbles die mickey mikey doch jetzt machen wir das mail und frauen mitkommen da kann honey bunny weil ich war ja intelligent gewesen was sollte das irritiert mich gerade so wieso da ist die mutter höchst du sie ja ja da ist ja die mutter höchst du sie ja da ist ja die mutter höchst du sie ja okay 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 vertrau mir beschi vertrau mir drei vier fünf eins zwei drei vier fünf sechs sieben okay 16 seite so knauserig gibt noch ein paar ok hat sie dir auch noch mal gegeben schön wär's ja du freut sich einfach nur mensch sind wir gut hier was mehr truffen wegen dem war entweder man ist immer intelligenter oder man ist immer doof wie soll man darauf kommen hilfe oder man hat gute ideen ja oder aber man versucht mit deinem was eierfest hat begonnen am stadtplatz ja sehr schön da kommt man nicht drauf ohne witz ich habe mir mal geguckt was dieses update bedeutet oder was dieses update an sich ist von welchem update sprichst du? ich rede mal im chat ja von welchem update du sprichst das ist ein update was wir gerade spielen diese insel ach so jetzt also von stadion ja sopas verteidigung smaragd geschwindigkeit jade kritischer trefferschaden aquamarine kritische treffer chance amethyst rückschlag rubin schaden ok willst du dir da schmiedetabelle willst du mal ein foto machen? hm glaub ich nur gerade ach ja und dann kam ich auf eine englische seite und ich mit meinem gebrochenen schulenglich englisch hab ich das rausgefunden wo bin ich hier? da sind frack wachst du hier schon mal? wo bist du? da links ähm 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 äh äh etwa schrägts am schrand da ist eine höhle wo? guckst du da wo die mail drauf war? ja da wo die mail drauf war? ja da wo die mail drauf war da ist eine höhle? mhm no way da ist eine höhle ja ich glaub sie in der boden da unten so scheiße gelegen hat hä? wo bist denn du? weiter rechts hm was ist das? ich hab ein geschenk? hm statu des vielfraßes was? ok habt ihr die aufgabe beim zelt bei der tafel gemacht? ähm ja hab ich oder ja haben wir sogar ich hab ne statu des vielfraßes das dürfte der brosch sein wahrscheinlich bin hinkommen der ist blunder 30 was macht ihr jetzt mit der statu? super bei äh bei mir beißt nicht ich sehe es dacu fetzen ne flunder oh so habt ihr die eher gegoogelt oder gezählt ähm ähm geraten hm geraten hm fehlt das dann auch? hm wenn 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 man geraten hm 50 50 mhm ne hier kann ich nichts machen hm ui oh das ist gemein wenn der fisch so nach unten fällt und du kriegst den hegel nicht mehr reingebounced äh ja aber zur not bei google steht das glaube ich aber auch bei google kriegst du es auch raus hm hm ich ich okay wir sind noch drei von unserem teleport system entfernt ja wenn da weizen gewachsen ist dann können wir den dicken frosch nochmal aus der höhle holen wenn der weizen gewachsen ist dann würde ich nicht schön ja schon wieder so ein fisch ey Alter der schönhülle ey das ist die hier echt jetzt? ja klar ist sie das doch schon mal hier noch irgendwo sehe ich mein kopf geht das irgendwas höre ich im hintergrund das ist aber nicht gerade ob das bei mir doch mit dir ist die schon nur in regen wir brauchen noch nüßchen wo kriegen wir nüß hierher haben wir schon den papageien gefunden eigentlich immer bei regen kommt ein papagei okay dann sind hier überall papageien vorhanden deswegen das ding mit den kristallen in der genau wie die papageien suchen und nicht papageien flamingos sind das und die lassen ja kristalle fallen und dann müssen wir den kristall an die stelle ablegen in diesen diesen dingen oder was die kommen immer bei regen okay dann gehen wir mal gucken warte mal im norden bin ich jetzt gerade aber hier ist kein barbegei die kristallhöhle mit den noten wurde die reihenfolge merken muss ich auch vom bäschi lass uns gemeinsam schlicht sein ich habe die ersten pflege hast du ihn ich habe den topos bekommen also zweiten insgesamt so was um fünf erzählt ne 42 stück habe ich schon gefunden das heißt dann mal vier insgesamt das heißt einer fehlt noch ja vier brauchen wir bringen wir mal den topos bitte das heißt du willst du den rubin haben um keinen schluss ja den bräuchte ich auch noch aber sie ist doch und dann kommen wir nach rechts bitte ich bin hingeschmissen habe ich mir mal den da dann gehen wir da gerade mal rein wo bist du jetzt genau gerade siehst du mich ist eine banane brauchen wir auch noch hier für den da down und weiß nicht warum alles sich nicht unterkriegen schutzengel immer positiv denken da ist was mache ich jetzt dass du was danke und hier ist den rubin danke komm mit wir haben nur noch eingebraucht also wäre es egal gewesen was gegeben hätte ob hier die reihenfolge passt nicht also ich habe den okay das war es richtig 22 nüsse ab dafür die deporte ja noch freue ich mich drauf dann oder sehr rätsel gelöst also jetzt können auch die flamingos egal sein das mit der reihenfolge müssen wir echt noch machen bischi ja ich weiß wer ist denn der da hallo das war das habe ich hingestellt wer sind sie ich kenne sie nicht ich hoffe dass er beide richtungen geht oh mist was denn ich glaube nicht dass der ich glaube nicht dass der auch auf dem hof steht oder ah ja dumm wo bist du ich bin auf dem hof wir müssen sowas ja auch noch auf dem hof bauen auf der anderen seite das ist nicht so geil das ist bescheiden wir sind gerade echt bescheiden mal question wo haben wir das ding herbekommen vom zauberer oder äh ne das erlernen wir alles durch kraften eigentlich die ganzen totems haben wir über die ganzen skills auch bekommen alter hier sind trüffel en masse ja sammel sie auf ja ja schon klar die ist schon klar soll ich den rubin gerade mal verkaufen ähm ja hau weg bei rein theoretisch brauchen wir ein e jetzt nochmal hast du die trüffel immer reingeschmissen kostet übrigens eine million geben was was der tote ja ja das ist äh belastend bescheiden ja bescheid man äh mag schon wieder zurückkommen oder soll ich morgen früh auf den hof kommen das ist gerade echt belastend ich kann dir auch morgen früh mit dem ernten helfen naja zählen müssen wir erstmal samen glaube ich rüberkriegen ich hoffe morgen habt ihr offen also kommst du dann rüber ja na gut dann machen wir das schon aber eine million das ist echt viel boah das ist gemein das ist richtig viel aber wo kriegt man das ding jetzt nochmal zauberer oder beim zauberer ja beim zauberer in diesem buch was wir da freigeschaltet haben aber eine million das ist echt ein bisschen wie sie wucher oder ein bisschen wie bist du da hingekommen was machst du an meinem kühlschrank äh trüffel einsetzen tausche starfruitwein auf iridium klärt schon ja das ist eine idee kann ich ja nicht das trüffel auch nochmal ins wein tun äh also in die fässer tun äh nee soweit ich weiß nein so okay ich hole jetzt den dicken raus ja den frosch ja hier hast du weizen 1500 pro stück jetzt will ich dich kitzeln aber ich werde es nicht danke bitte nicht was hier da für dich drei stück äh fünf stück waren das ne äh wie bitte fünf stück waren das ja der dicke der dicke steht auf knobi okay jetzt kommt nochmal ja cool sehr cool und yes darf ich jetzt den händler freischalten ja bitte oh ja war eine spielekonsole das stimmt so ja hier habe ich deine zehn nüsse bin ich gespannt was du machst hi na teleport totem benötigt tarotwurzel zum ruf tarotknollen ananas salmen äh salmen ja samen goldene kokosnuss tropischer tv dungelfackel tropischer stuhl bananspröße mango ein wildes doppelbett ein wildes doppelbett das steht da luau rock das heißt also wenn wir keinen bock mehr haben auf abby und alex dann gehen wir gemeinsam auf die insel und teilen uns auf dem bett oder was dann teilen wir uns ein wildes bett ja dieses spiel macht mich fertig dieses spiel verführt zum fremdgehen bisschen ach so soll ich dir mal beim ernten helfen nö bleib da nö bleib da ich glaube was hast du was hast du an samen und co bei dir nichts niente nada was wollen wir mitnehmen weiß nicht kannst du die felder mal ein bisschen aufbereiten und sie war wieder hier hallo ich will auch beim großen geld bitte beteiligt sein ja aber auch was scharfe 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 häuschen baue oder besser jetzt müsste man rein theoretisch hingehen oh ne ich mag keinen regen ich gehe wieder auf die insel tschö halt die wurscht hoch wieso also auf der insel regnet es doch auch oder nein auf der insel ist gerade schönes wetter oh ok das ist ja interessant magst du gerade mal zu peer gehen und mal kartöpfelchen holen ja das ist eine gute idee bevor das nicht macht ja ja dann übernehme ich gerade siehst du es doch gar nicht mal so uncool dass ich gekommen bin ja was willst du haben töpfelchen oder äh töpfelchen ja gut 700 stück ähm ja lass knacken ist ja eigentlich auch mal nach meinem mann nach meinem kind schauen die habe ich völlig verdrängt wird überbewertet im sommer ganz geld in starfruit investieren jede ecke mit stopfen zu weinen machen qualität verbessern money nein hol erstmal tüpfelchen sternfrucht im sommer steht da auf der insel ist die ganze jahr über sommer wenn er stimmt können wir auch machen heute ist der heute sonntag das heißt der wagen ist da wir brauchen noch einmal kardia oder ein schatten schatten fisch sternfrucht bei sandy zu kaufen ja aber unten müsste es jetzt auch geben aber da können wir glaube ich immer nur eine kaufen und die hat auch immer nicht das sortiment ein schnucki bratholz sommer schmuck gewöhnlicher sandfisch gleiche brühe koralle kirschwurm passt die nacken dunkle krautsch nein hat sie nicht soll ich plötzlich wüste ja kannst du machen ob er eigentlich ich glaube schon wieder weg volle kopf noch fortfährt bitte kommt zurück bei der busfahrer das war zu spät heute ist sonntag haben liegt der besoffen im trailer ja der wollten wir da anderen häusle bau verdient im wahrsten Sinne des wortes dass wir kostenlos eventuell in die wüste kommen ja also wir bauen erst kostenlos ihr haus darf sie im moment wohnen und danach gibt es oder aber sie fährt uns kostenlos in die wüste das wäre natürlich optimal oder aber wir bauen den tote für millionen haben kein haus gebaut oder wir bauen ein totem haben kein haus gebaut und kommen einfach so die wüste ja ich frage mich echt was gibt es denn eigentlich dafür ich glaube das gibt es mehr als den feuchten händen gibt es wahrscheinlich also könnte ich mir echt vorstellen gegen leistung war schwierige oder wir kriegen von ihr den guten wein trinkt alles bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher naja wenn wir pech haben sind wir blind ja auch verschluckt ja 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 da kommt er ja schon von da oben ja das ist schnell ganz unten das feld sondern da muss ich bitte mit unseren tieren sprechen weiter fortpflanzen schön dass du da bist gibt sie gut alena gibt es nicht hier irgendwie ein geldtrick geldtrick wie man das jetzt naja bei t pause haben wir pause was passiert wenn ich die man immer ganz selbst meditieren ganz selbst gemäß hier aber geld macht nicht glücklich ich glaube mir ja aber es berückt den nerven dann ist aber nicht mehr original cookie hier im game ist noch lazy cookie ja dann dann laufe ich mit meinem gucci täschchen hier rum wirst du doch jetzt eh schon einmal alles geerntet 30 slots warum das finde ich gerade nicht geil also die wollen ich glaube die wollen schon pen ich muss den grad sagen ja das ist argumentativ gut okay die habe ich schon verboten hier verbiete ich jetzt auch noch sag mal kann man nicht wodka machen was zu hat so du bist einfach zu hat ist mir gerade mal so eingefallen wir haben kathies wie sau weiß ich nicht ob wir da jetzt schnapps drin ich komme heute etwas später ich hatte nicht früher zeit muss zimmer aufräumen aufräumen ist immer so eine sache aufräumen ich lena macht dir nichts draus bin auch kein fan vom aufräumen also in letzter zeit im sommer finde ich das immer so schwierig mit den mit den hundehaarchen hässchen wo ja stimmt hier geht es direkt weiter ich brauche nur die uralte frucht ja jetzt ich brauche noch eine gold sterne frucht hast du hast du hast du in der kiste vor dem wächshaus nachgeschaut ob da noch was drin ist ich brauche nur noch eins das heißt du brauchst du brauchst noch eins eine gold sterne frucht ist mir bekannt aber wo sie hernehmen ja die wachsen doch ständig nach ja mein kind ist groß sag ich doch du vorhin so nein mein kind ist groß ja wie cool das ist ja süß aber das wird aber echt eine lange geburt welche meinst du ich hier das ganze danke das mit der saat in diesem teil teil können fische platziert werden wir haben keine fische reingehauen ja weil wir ein stör brauchen da muss leichen so gibt es nur im sommer und im winter aber ich hatte noch eine karte gehabt da muss ich um null uhr wird sich unten am steg sein und zwar an dem einen busch muss ich anklicken und dann kriege ich irgendwas dafür das hatte ich mir nämlich noch mal auf einer geheimen notiz gab es das ja ja wir haben eine hotte füri das ist fury cool oder und jetzt komme ich mit dem gaul hier wieder nicht durch 0 uhr 40 da bin ich gespannt was ich gleich krieg oder habe ich ja gar nicht von kathie gesehen haha was machst du an meinem kühlschrank ja ich habe nämlich beschi stream nebenbei auch noch an 0 30 kommt 0 40 macht die vier auf macht die vier nein ich habe den bürgermeister mit mann im gebüscher warte auf die insel nehmen kann man auf die insel wahrscheinlich mit teleporten überhaupt also geil wäre es auf jeden fall aber ich weiß nicht ob wir mit dem pferd dahin kommen kommt schon sammeln gibt mir sammeln gibt mir was sollen wir ein kind haben mini ja kaum ist das kind hat sich aus dem kabelbett raus schon gibt es mal zwei portfolio wenn ich da noch ein bett hinstellen kann ich aber drei haben er bietet mehr wer bietet mehr komischerweise fragt er mich das auch immer nur nachts ob ich noch ein kind haben möchte eine kleine läuft nein wie süß ne freund du gehst heute nicht in die stadt wer kümmert sich um das kind was habe ich denn für ein ehemann richtig nice auf dem gaul lasst mich da rein ich bin da rein ich merke schon die tiere möchten nicht dass ich bei denen ins zimmer reingehen sehr gut trüffeli deine idee mit dem leiter hat irgendwie nicht funktioniert so wollte nur bescheid geben das gras steht immer noch da jetzt gut so sollt ihr auch tun es ist die frage wollen wir wollen wir kohle ausgeben für die alle wir haben ja auch ein krach ich extrem knapp die kohle eigentlich gerade ja weil du immer auf der insche bleiben möchtest jedes was ich meine ist links lassen es mal kurz richtung sandy gehen und da mal die sternstoffe kontrollen er kann kannst ja machen ich ich warte hier ich habe gerade pappen schleunigt pappen rennt gerade schneller macht wirklich echt erst ein trick weil du dich in den weg stellst nicht stehen bleibt dann bekommen die irgendwann paras und könnte sich durchrennen und wenn sie das wenn sie das tun sind sie schneller das ist ja geil guck mal hier kann schon mal was fällen aber hinten ist auch noch ein bäumchen zum fällen so bin da mal kurz bei sandy mal fragen habe ich ja schon geguckt aber da steht ja definitiv drin ist er nicht jetzt habe ich den schweinchen verboten sich zu vermehren jetzt suchen sie nicht mehr trüffel warum freunde warum für sternfrucht sagt brauchen wir denn 500 ne weniger ne weniger da drüben haben wir noch nicht so ein großes feld 300 das heißt aber auch wir brauchen eine array voller voller reife fässer wir brauchen dann packen wir da kein käse mehr bei uns rein wir müssen ja alles auf der insel produzieren im besten fall weißt du ach so kriegen wir einen keller dahin bei im keller lässt sich das alles nachreifen das kannst du glaub ich in jedem normalen wohnraum auch anbauen passt halt nur ne weile sicher wir haben damals den keller gebraucht gehabt ja stimmt schon darum geht es mir halt ne so wieder zurückkommen äh aus der ja du kannst doch mal holz hacken das gibt halt das gibt halt wieder sammler ep hm schmetterlingsstall 200 äh das ist doch schmetterlingsstall 200 dunkle flügel grüne turban ein schmetterlingsstall ne den haben wir noch nicht ne ne haben wir noch nicht gibt es hier ein anderes holz eigentlich ähm ne holz mäßig ist es äh immer noch dasselbe mh rippholz äh kannst du ja nicht den kacken stellen hey speedart hab ich ne narzisse für dich nein hab ich nicht aber ich hab ne sense in der hand ok ok was denn ne aber ich hab ne sense in der hand ok ja ich bin ne ganz gefährliche als sie jetzt ist es mir nach hinten hier abgehauen ich bin hier ich will mein sammeln ich brauche unbedingt mein sammeln auf auf 10 da muss ich jetzt halt äh ein bisschen skillen guck mal haley macht ein foto von mir hier bin ich hier bin ich neusgott das hat weg geschwinkt macht die gratierte absicht glaube ich auch oh mein gott die verrückte warte ihr schon um bei dem busch neben der brücke auf ja das das hab ich vor keine ahnung 10 minuten gemacht noch nicht mal 10 minuten ich hab den bürgerbeister erwischt der ist der kleine schlawiner mit mani im kbüsch hier hmm schlimmer finger ja ja hier im dunkeln ist gut mungeln aber ich verstehe immer noch nicht warum mitten in der nacht in einem gebüsch das piekt doch warum ist so das was ich halt nicht verstehe sehr mysteriös ey ohne witz das wird mir nicht in den sinn kommen richtig warum nicht gleich zu hause da wo wir die unabwix gefunden haben was sitzt hier oben also tisch was haben wir den fisch ich habe keine ahnung da sind da sind dicker waschbär das ist ein dickes etwas bei louis bei meinen sind noch andere was will der haben schwarzbarsch nein irgendwas braunes jetzt ist ein schwarzbarsch kannst du mir den mal bringen ich sehe das gerade bei dir so unscharf jetzt hätte ich gesagt der komplett in braun war der warte ich komme zu äh wo bist du denn unten hä ich bin gerade oben an den kisten ich bin gerade veräppeln ne da ist er ein gotteslachs will er haben hab ich auch dabei komm einfach rüber ich hab zwei dabei ich hab dir dein pferd und komm bei ja aber nicht dass er dann bei mir nicht mehr da ist na komm schon hühnchen geh weg das hühnchen hat sich gedreht dieser waschbär ist ein wahrer gourmet wie du siehst ja ja das ist wieder teuer was der haben will was der eigentlich hat er warte auf mich komme hast du jetzt hast du ja jetzt will er einen anderen fisch geht er mal weg ich weiß welchen ich weiß aber nicht ob wir den haben haben wir bestimmt boah wie viele fische müssen wir dem denn bringen vor allem was ist das das ist waschbär das ist waschbär das ist waschbär die wachspieler die ich kenne haben alle spieße irgendwo hinten drin jo also entweder bist du das stellen wir den gaul weg oder du bist das ne du bist das ok hab ich und was willst du denn nachhaben sag ich dir nicht 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 werdet schon sehen was passiert oh der zauber der prinz holt dich hier raus bitte nicht na da ist er so was wolltest du ok nein nein wer hab ich nicht ich hab den fisch nicht no way was denn was will er haben wie sieht er aus der will eine sardelle sardelle das rocket von den guardians hat sich im tal zur ruhe gesetzt ja genau ja ich glaube auch der will eine sardelle ist der morgen auch noch da wahrscheinlich ja wahrscheinlich kriegen wir ihn jetzt gar nicht mehr los ohne dass wir ihn bestechen der ist für immer da hast du eine sardelle gefunden? nein guck dir jetzt sag nicht du hast den vertickt ey weil ich mir gesagt habe das ist ja bestimmt ganz easy zu fangen und Brasse Brasse nein Brasse Brasse boah Cookie bis ihr ihm genug gegeben habt wann gibt es noch mal eine sardelle no way das hat einen Haken bei dem dieser relle ein kleiner silberner fisch der im ozean zu finden ist herbst frühling jo jederzeit frühling herbst jo all right chefs okay geht mal an ich gehe da mal in die wüste ne ja und ich gehe angeln ich fütter den dicken waschbär fütter den waschbär Schatzi ich habe ein Ei es ist das goldene licht aber du siehst heute wunderschön aus hat sie so gesagt ach ist er nicht goldig ist hier ja gell ja gell a bengtje a bengt a bengt ich höre jemanden ähnlich echt ich glaube das ist gar nicht so verwunderlich ja gell zu daddy die redi um ja er hat aber so ne dunkle Stimme guckst du Schlimmbruch Cookie gell ja ich glaube Kent hat keinen bock mehr auf seine Familie ja macht nichts ich auch nicht auf seine boah Entschuldigung gemein ja so Cookie volle Konzentration wir brauchen eine Sardelle ich wiederhole wir brauchen eine Sardelle gut 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 ich mag mein Pferden ich find's toll ich auch das Gras grad am Strand ich frag mich nur halt was ja so so bisschen weißt du hier mit mit extra viel Sand mhm Sandkuchen Sandweiß Sandkuchen Sandkuchen Pferdeäpfel und Sandkuchen oh Treffer bleib unten bleib unten das bringt nichts komm bleib unten und Sardine aber keine Sardelle hm ich wusste es gibt einen Unterschied die Sardine anscheinend die Sardine ist hell die Sardelle ist dunkel ich glaub ich weiß was die Sardelle war ja blauer Fisch ne was soll das nicht mein Lieblings Fisch zum fangen oh das ist ähm sehr probeslastig jetzt weiß ich ja warum ich nichts mehr fangen willi gib mal danke reiß ich es wieder tja ich bin bei Willi rein steht ein Pferd da davor oh du kriegst Besuch von von Pierre Sebastian und keiner der ist gleich wie eine Sardine von der Schwier-Echt? Abigail kommt auch auf die Insel what? die sind grad alle rein das ist nicht dein Ernst doch das war's mit äh Trautes Heim die alle will gucken was ich mach da ist das wir biegen auf Cookie das war mit Sunny Side of Life warte ich hab ein paar Kirschbrochen dabei das haben wir ganz schnell ey wo ist deine Ehefrau die ist schwanger ähm ich geh mal gucken ob sie wirklich hier antraben weiß ich doch nicht die sind bei Willi rein ins Geschäft Katsach und ihr habt Bikini an was ist hier los? was? schade Willi sagt ihr müsst am Strand bleiben und ich habe mein Schwert und alles dabei ey wo willst du hin? ja geil ja das war's wir hätten niemals das Ding hier vorne freischalten sollen das kannst du aber auch schließen oh stimmt jetzt verstehe ich auch richtig was das bedeutet wenn du das Ding fließt dann komm keine Touris oh ich ärgere mich grad dass ich damals die Sardelle vertickt hab ich ärgere mich da grad echt übelst man merkt aber dass das tatsächlich äh nachgepatcht wurde also die Dialoge wiederholen sich und du kannst die Leute ständig anquatschen das ist total untypisch für das Game Sardine 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 was schließen wegen Corona? genau und immer schön anderthalb Meter Abstand richtig so Bessi wenn die das nicht einhalten schmeiße raus ich habe einen Hammer es geht ganz einfach mit Vortrieb und ich habe eine Schatztruhe Goldnacken anderthalb Meter dass ich nicht lache wir müssen 5 Meter Abstand halten in der Schule echt? Gott wie groß sind denn die Klassenräume? habt ihr Unterricht im Zirkuszelt? ja genau das ist ja krass ey wie willst du denn im Klassenzimmer 5 Meter Abstand halten? no way also in unseren damals nicht denkbar wir waren damals glaube ich in der 5. Klasse kamen 35 Schüler ja das Zimmer war voll mhm also die saßen da wirklich wie die Ölsardinen drin warte ich lese sofort was ihr geschrieben habt ne wir müssen nicht mal Masken tragen in der Schule ist keine Pflicht what? ne wir haben den kleinsten Raum der Schule bekommen bei die 7b die hat den Raum vollständig ist und wir die ganze Ahnung inzidenz unter 7 inzidenzwert unter 7 ok das ist krass das ist ja nix das ist ja nix bäsch ich ziehe nur Sardinen raus hm 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 ich hab aber nach nach Rennen gegoogelt also von daher ja ja hm 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 das ist einer mit der schlimmsten Schultage in der Woche morgen ist Bergfest für mich für mich so achso ja ich muss äh wir haben Feiertag ok willi ich glaube ich stehe auf willis platten hast du das gesehen? der hat sich einfach neben mich gestellt eiskalt wir haben morgen frei wegen mündlichen Abitur ok krass ja geil ja ich muss jetzt ein paar Tage ranklotzen also die drei Tage da beim Hauptbescheid verlängert dies Wochen in dem Nice yeah soll ich ganz viel Stardust spielen? äh ja ey warum hey skapper das 3. Mai waren es bei uns noch 116 also der Inzidenzwert krass wie habt ihr das geschafft dass das so schnell runter gegangen ist ab 116 auf 7 das ist echt heftig da hat auch immer eine Schildliste rumgeträgt ach so deine frau ist mit den drei männern nach hause gekommen oh super ein kleiner tipp macht man einen Vaterschaftstest ja nicht dass es da endlich noch ein Kuckuckskind ist wenn ich nach hause komme und wir haben ein neues Kind dann weiß Bescheid no warte mal eins wir waren bei uns in der Region die ersten unter 100 jetzt sind alle anderen unter 50 nur wir nicht das ist auch nicht schlecht irgendwie ich weiß gar nicht was in meiner Region aktuell für ein Stand ist ich weiß es auch nicht also ich weiß von meiner Ex-Region wo meine Freunde sind also die haben jetzt glaube ich tadaa Sardelle Sardelle hu 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 wo ist mein Hottehü Fury the 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 it Dernstufe 2 jetzt glaube ich da hat sie ja außengastronomie hard auf ich könnte überlegen ob ich nicht mehr dahin fahr sich mal wieder essen gehen ich habe hunger ich vermisse das mal essen gehen ja verstehe ich also richtig so richtig mit hinsetzen und so was jeder bei uns muss sich testen egal ob schule oder arbeit und das jeden tag und die die positiv sind bleiben halt zu hause für immer nein für dich dieser telle da das ist das was will er jetzt ist ich glaube es was gekocht ist eigentlich das kochen nein nein ja die schicht ist wie soll ich dir das jetzt sagen der dicke bieber will jetzt was gekocht haben fertige bieber den prinzen will ich nicht auch übelst warte doch richtig von einem klassenkameraden ist ja einfach treffen und die anderen leute die sich versichten haben den urlaub kommt halt alles ab ja das es ist halt es ist echt gemein irgendwo kann ich auch voll und ganz nachvollziehen dass dass du da sauer bist ich bin es auch ich will auch mal wieder raus wir müssen nicht helfen lassen bei uns auch nicht aber wenn man zu hause bleiben wir haben waschbärproblem der maderschaden der frisst uns die haare vom kopf weiß jetzt noch nicht ob ich das gut finde oder nicht ein waschbärproblem ja der will jetzt irgend so eine komische suppos und brühe haben kann ich aber noch nicht ja habe ich noch nicht wenig muscheln und eine milch doch das kann ich machen ok wenn man bett erst mal ohne witzig für willen der hand so ein kleines verfressenes also vorne wie geht's dir wir haben seit neuestem jetzt wieder eine klinge also schubklinge um die hat mal gesagt wenn die klinge nicht bestimmt darf wenn der unterricht anfängt ich habe übrigens golde kokos los bestimmt wenn der unterricht aufhört glaubt mal die glocke haben wir auch gemacht was oh und ich war nicht zu hause du bist papa geworden ja ein junge ich habe es gerade nicht auf dem schirm wofür das nochmal war ich habe einen dicken waschbären gefunden beim holzhacken und der hat hunger ja wie sollen wir ihn nennen bäschis kind wie soll bäschis kind heißen oder mini-bäsch bitte mini-bäsch mini-bäsch borst was ganz unten was levi oh ne ne wir spielen keine check-out-zeiten matthew levois ach du heiliger wolltest du nicht junior nennen bäschi g müllbär was bj nein tj begrüßen sie nannten ihn mini-bäschi junior bj hey schatz ich habe dir etwas warmes zum frühstück gemacht ja nachdem du mich wieder rund gemacht hast ist auch das mindeste ach so apropos an alle die erst jetzt dazugestoßen sind ich bin schon wieder schwanger was eine ansage der knaller ey was denn ich bin schon wieder schwanger der Typ hat es immer noch gemacht ähm was du kannickel du du kannickel ey das muss ich aber auch echt mal über deine familie sagen geil das ist ja schlimm da musst du ja echt aufpassen dass du das schwanger werden ausstellt die verbreiten also die vermehren sich wie kannickel ich wusste zeitweise echt nicht was ich mit den ganzen machen soll die Kühe eine Kuh nach der anderen ein Schwein nach dem anderen ich habe die jetzt erstmal alle kastriert und sterilisiert auch was alles gut das haben die nicht gemerkt ja aber so viel wie bei mir werden es nicht warum wie flaschen ich weiß nicht was ich über die noch zählen kann warte ab jetzt kommt als antwort genug ich werde schon wieder onkel das nervt so ich mache dem jetzt mal die Fischsuppe ich habe jetzt erstmal alle lahmgelegt ja Terrorcookie ist jetzt dazwischen geprescht und hat gesagt nein hier hast du nein der soll ein Ei kriegen so und jetzt machen wir ihm diese komische Suppe das war das gewesen genau sag mal Cookie bist du mit dem Mädel oder mit einem Jungen schwanger ich weiß es nicht das zweite Mal erst wenn es auf die Welt kommt also ich wurde gefragt ob ich noch ein Kind haben möchte ich habe einfach mal ja gesagt also ich mein Mann gibt mir da irgendwie kein Spielraum drei Minuten später guck hier war schwanger das letzte Mal warst du ja dabei gewesen ok das hört sich komisch an nein wo ich das erste Mal schwanger war lagst du mit ach ich bin ruhig weg ist es höre kraft noch so gerade noch so gebremst ey das ist ich bin sicher umgedankt na ach vergiss es alles gut alles gut schön jup also wie gesagt 13 Geschwister aber stimmt stimmt Persefone daran kann ich mich noch erinnern da beschwert sich Cookie jetzt ernsthaft dass sie die Viecher die eine Stange Geld kosten selbst für Oma echt undankbar ey wenn du moins aufstehst eine Idee hat sich der Welt erblickt und du denkst dir oh no nicht schon wieder und du kommst nicht mehr in den Stall weil sie das einfach mal blockieren du denkst einfach Karnickel was hast du jetzt gesagt ist doch wahr ey Karnickel guck doch mal der platzt doch gleich so was will der irgendwas kann ich das schon machen weiß ich nicht irgendeine paar Städte nee das kann ich noch nicht machen oder nee keine Ahnung was da haben möchte ich kann es nicht machen und außerdem du platzt aus allen Nähten du bist auf Diät gesetzt was oh mein Gott deine Schweine sind aber ja meine Schweine sind etwas kräftiger hmm Schinken stimmt es wäre auch eine Einnahmequelle verkaufen kannst du aber kannst du halt nicht selber ich hab ne Axt ja es ist ähm ich hab nen Hammer es war ein Unfall beeignet sich gestern abends ich mag Pferde besonders mit Klößen und Roulade ja so hat man früher Pferd gegessen da hat dein Papa vollkommen recht das war wirklich so Pferdefleisch war voll angesagt früher ja stimmt ey und das ist sogar richtig mager vom Symbol her müsste es Rhabarberkuchen sein kann ich noch nicht also so an sich wenn du mir die Zutaten gibst in real life kann ich dir das machen aber hier hab ich das Rezept noch nicht bin ich an sich eigentlich schon voll die Schiebung ich kann erst was kochen wenn ich die Zutaten hab und das Rezept in real life brauchst du auch die Zutaten in real life hab ich meinen meinen Gaumen ich glaub ich krieg das Sammeln nicht mehr hoch ey gerade schaut sieben plus Sterne bei Marni und dann gibt's das mit der Post kann jetzt sein bei Marni hab ich mehr oder? 2, 4, 6, 8 8 hab ich vielleicht hab ich ja auch Punktabzug gekriegt weil ich den Gebüsch erwischt hab oh ja das wird sein glaubst du? ich mag sie weder als Fleisch noch lebendig auf der Wald ok klare Ansage obwohl man sagt ja immer Traum von jedem Mädchen ist ein Pony ja das hab ich auch gehört Marni per Brief kannst du es nicht vielleicht doch schon? wie gesagt gib mir Rhabarber und ich mach dir einen Kuchen draus warte mal hast die Nacken Rhabarber, Taco ok Tatsache was denn? ich kann Rhabarberkuchen ich brauch aber Rhabarber ok hatten wir nicht oh Mist wir hatten drüben Rhabarber ja ich hab den vertickt ja wer konnte wissen dass ich einen Waschbär find der auf Rhabarberkuchen steht oh das war nicht cool hier zu sehen wo krieg ich denn jetzt Rhabarber her? kannst bei Sandy kaufen würde ich doch einfach mal sagen das ist ein Rit in die Wüste wert 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 very weird eh what he says was sagt ja und tap hier nochmal sammeln und hier sammeln ey was ich alles für diesen Skill hier tue das war es nur der Winitou Audi Servus richtig haben wir noch Rhabarber drüben Beschi 13 tage für was ne ich dünge bestimmt die ich hab nen Wachstumsschub ich mach die Hälfte so komm rauf und jetzt reiten wir ihn in seinen Untergang Fury hier zwar nicht du nicht neidisch neidisch na warte das da das da das da ah wir brauchen auch noch ein Sternfrüchtchen hab doch hier Zeug damit das schneller wächst Fischi hast du noch Rhabarberkuchen hm ich hab doch keinen Rhabarberkuchen nein ok hm Tatsache erstmal den Pflanzenstoff geben ja aber auch nur damit die großen Stärkbeeren stopp stopp so ich hab Standarddünger ich hab Hydrogel ich hab Qualitätsdünger geschwindwachs stimuliert die Blätterproduktion steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10% in das bestellte Feld ein bestellte Feld mischen ok mach ich mach ich ich lese gleich Lena Mausi aber jetzt lese ich was wenn mir jemand äh Pony schenke es wird wahrscheinlich passen machen verhungern hä wie lange streamt ihr denn heute hatte übrigens wieder keine Benachrichtigung was von uns beiden nicht oh oder nur von von einem vor uns ach so wird verhungern ja ich interessiere mich für deine neuen Hosen jetzt geh mir aus dem Blick Mutti muss hier verkaufen oh komm der wird verzieht äh wie lange machen wir also einen Tag würde ich gerne noch machen ok oder magst du nett Rishi da hätte ich gesagt einen Tag machen wir noch weil ich muss ja immer so früh raus ja pünktlich 18 Uhr hatte ich euch beide ja verstehe ich nicht gestern gab es von beiden heute von keinem komisch vielleicht hat Twitch gerade irgendwelche Schwierigkeiten da steckt man sowas ja nicht ganz drin das kann möglich sein ah jetzt weiß ich was ich heute vergessen habe vor lauter lauter meine Infoseite zu aktualisieren wegen deinen Timings ja äh ich werde die aktualisieren das mache ich morgen direkt nach der Arbeit den Streamplan für diese Woche aber dann müsste ich mit dir auch nochmal quatschen kannst du machen wegen Stadion kannst du machen ich will den dicken Waschbären zum Platzen bringen das kann ich verstehen aber ich glaube Lena hatte auch schon Probleme bei mir gehabt dass da keine Benachrichtigung gab ja ich erinnere mich bei komisch ich glaube Sora Kitten und Lumi hatten es auch mal gesagt gehabt die hatten es mal gesagt gehabt und dann habe ich die auch schon saulang nicht mehr gesehen mit Wege vermute ich dass da irgendwie keine Benachrichtigung gekommen ist schade das ist wirklich nicht gut aber du kannst dir überhaupt was auch nichts dagegen machen also im Prinzip die Glocke läuten neben neben dem Herzchen ist das Einzige was geht hier wenn ihr gerade alle dabei seid Beschi was machst du no way no way was ach lol hast du es geschafft aber ist ja cool also entweder Botanist gesammelte Gegenstände haben immer die höchste Qualität oder Färtenleser die Position sammelbarer Gegenstände werden aufgedeckt Färtenleser oder Botanist ich hätte gesagt Färtenleser so oh oh ich werde angeschrien Botanist ja ist ja gut jetzt kommt Klick Botanist an Xau glücklich da bitte Xau bitte schlag mich nicht wollen wir morgen auch nochmal streamen morgenabend oder bist du verabredet nee noch nicht im Moment Schumi erster Schumi erster ist was mir gerade einfällt also du musst nicht ich weiß nur wenn du magst ich weiß ich weiß wir gleich mal trüffeln und sammeln und dank mir dann ja erstmal der anderen Schwangeren hallo sagen hallo andere Schwangere servis streamst du dann Donnerstag oder genießt du den freien Tag gute Frage das gute Frage Donnerstag macht glaube ich am meisten Sinn ja ich glaube doch Donnerstags werde ich streamen aber ich glaube ich nehme den Freitag dann also Freitag habe ich regulär Urlaub und da werde ich mir auch den Tag freinehmen ja hast du irgendwie auf die Insel zu kommen ich will erstmal schnell noch in die Wüste ich bräuchte dringend ja Eichenharz Eichenharz direkt von den Bäumen ich glaube die haben aktuell nichts warte das war Kiefern Ahorn Eichenharz habe ich 18 Stück achso na warte ich hole es mir ab warum ich bin da ich mache es in die braune Kiste ich mache es in die braune Kiste ok ciao ich gehe da mal tschüss Lufttags was hast du Mini-Beschi schläft was hast du jetzt eigentlich du hast einen Jungen gekriegt ne ja oh wie süß ja hast du auch diesen komischen blauen Bärchen oder hast du den aus meiner Tasche gemopst den hatte ich mir selbst gekauft bei meiner ist weg hä meinst du das Ding was an der Wand hängt ja oder meinst du den tatsächlichen Bär hier unten ne das Ding was an der Wand hängt achso das habe ich mir bei dir gemopxt alter so brauchst du es wär nett gewesen ja ja dann nimm es dir bin ich total wahlfrei nimm Mini-Beschi ruhig das Ding weg komm sei so nett klar ich glaube räume auf den Teddy äh ich hab nichts geringeres erwartet was denn da lernt er direkt das Gesetz der Stärkeren wo ist der Busfahrer oh nein wo ist der Busfahrer wo ist der Busfahrer wir haben keinen Busfahrer doch ich will in die Wüste du meinst Pam das gibt's nicht jetzt sagen wir nicht die ist betrunken ja das glaube ich auch das glaube ich irgendwie auch das gibt's nicht schade Pam achso warte mal wo bist du ich glaube die ist echt nicht du was ist das denn hei 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 Bessi die Augen auf euch noch danke nee ist die tot ist nicht da wo sind die ganzen Weiber oh nein sag mir jetzt bitte nicht dass die auf der Insel ist vielleicht hätte man mal vor das Resort zu machen sollen voll die Alters am Saufen ist nicht wahr das ist nicht euer Ernst oh Pam ey komm ich jetzt in die Wüste hm Totem haben wir einen Wüstentotem ich glaube ja einen haben wir oh 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 die alte einfach mal weg weg wo ist denn das in der Wüste ähm Berge nee ich hab nur Berge also Berge oh dann Wüste kann ich sowas craften theoretisch ja also ich kann Hof Berge Strand oh und Regen dann wahrscheinlich nicht boah wie mies ist das denn ist grad echt mies so let me see ich glaube ich habe theoretisch alles hast du noch ein boahtholz äh ja in der Kiste welcher wir da stehen haben bei dir einer der schwarzen achso echt aber hat uns drin ja hab ich das alles mitgenommen hm also wenn du das jetzt alles mitgenommen hast dann haben wir nichts mehr ja kann sein ähm so warte mal nicht wegrennen fang nicht ne ne nix fang okay da ist aber für die für die Insel boah hast du den jetzt her hab ich gerade gecraftet ähm dann für die Wüste brauche ich ja ich muss erst mal ne vergiss es ich hab nichts für die Wüste ich hab ne Berge Strand und Insel richtig du müsstest genau dasselbe haben wie ich ja ist richtig bin aber weg wohin die Insel achso hast du den Sirup mitgenommen ja gut ich hab noch einen brauchst du den ja rat mal wer hier ist hallo Pam kannst du mir das Ding zu machen ja aber das das ist erst für morgen gültig hey alter die Bar ist offen es gibt Mett Pina Colada Wein tropisches Curry was safe ey saufmaßen alkohol 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 ja ich hab das ganze alles mitgenommen gehabt man gönnt sich ja sonst nichts man gönnt sich ja sonst nichts so muss mal gucken jetzt müsste ich theoretisch in der Lage sein yay was brauche ich denn zuerst das nicht das auch nicht hast du zugemacht ich was nein morgen morgen vorübergehend schließen ja sonst hängt ihr uns morgen wieder da hm ah Jimmy einen schönen abend tschüss und ja genau bis morgen Tank kreischen co haben wir ich hatte doch noch irgendwo jede Menge rohkopfer genau welche was hast du hier getrieben wieso wow ich bin noch lange nicht fertig mit dem was ich vorhabe sehr nice da ist ein Rhabarber ja Da ist ein bahnkleiner Rhabarber. Warte mal. Hast du Kohle? Ja. Kannst du mir mal grad einen geben? Für was brauchst du? Kohle. Für was brauchst du? Äh, einen Samenfertiger mach ich uns. Ach so. Ein bisschen mehr. Wie viel brauchst du? Schmeiß mal das grad in die Kiste. Äh, nee, ist grad schlecht. Warum? Ich brauch's nur ganz, ganz kurz. Sag mal. Ich geb dir die Hälfte. Ja. Die brauch ich jetzt erstmal nicht. Oh, das ist viel zu viel. Ja. Trotzdem Schiffstasse gedrückt halten und dann kannst du das Zeug, ähm, durch Zweiteilen. So. So, und das, was ich vorhabe? Was haben wir jetzt davon? Das bisschen aufpassen. Ja. Samenfertiger. Okay. Fertigo. Aber geil. Ich hab's Sammeln hoch. Okay, das, was jetzt noch fehlt. Du müsst auch mal das Kämpfen hochkriegen. Deswegen gibt's das Fischereien. Uns fehlen noch zwei Sachen. Fürs Museum. Oh. Der kleine Mann ist süß. Da. Oh. Verstehst du jetzt, was ich mache? Party. Party machst du. Party. Disco, Disco, Party, Party. So, ich rauch mich schon mal ins Bettchen. Ah. Ich hab noch Dings. Und fast genau Punkt. Äh. 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 Punktlandung. Äh. 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 So was. Äh. 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 Oh, da muss ich jetzt noch Kokosnüsse. Also Kokos. Warte mal. Ich schreib mir das mal auf. Ich verkeh es wieder. Angeln. Kokos. Nüsse. Gut. Gut. Das müssen wir dann auch nochmal machen. Äh. Tatsching. Aber danke für den Tipp, Xau. Machen wir das morgen? Dann. Angeln und Kokosnüsse aufknacken. Und suchen? Mh. Ja. Können wir machen. Bin mal gespannt, wie gut meine Destille jetzt funktioniert. der mango baum konnte jetzt letzte nacht nicht wachsen das dauert ja ja wein dauert echt übelst lang das heißt also im überschluss brauche ich mehr von den dingern ja okay also ja meine lieben vielen dank fürs zugucken käse zahn zahnkäse energie ingwer teleportieren okay wenn ihr diesem diese morse zeichen von bäschi herausgefunden habt jetzt wieder mit dem großen großen knall zu ende morgen ab 18 uhr geht es dann direkt weiter genau geht auf unsere inselchen weiter und ich versuche das skelett auf der ingwer insel zusammen zu bauen nena muss ich nicht traurig sein morgen morgen sind wir wieder da ja in diesem sinne einen wunderschönen guten abend noch tschüss dann geht es gleich wieder hin und dann geht es vielleicht weiter zum nächsten mal komm 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 Vielen Dank.